Liebe durchseuchte und noch zu durchseuchende draußen an den Geräten. Die Lage ist, nach allem, was man im Internet so sieht, vermutlich eher ernst. Nachdem sich die Hoffnung, das Coronavirus könne sich durch den Kontakt mit Johannes B. Kerner selbst deaktiviert haben, zerschlagen hat, tat nun Friedrich Merz zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal in seinem Leben etwas Selbstloses und stellte sich der Seuche in den Weg. Vermutlich ist es aber einfach schnöder Populismus, der ihn bewogen hat, sich der rasch wachsenden Covid-19-Bewegung anzuschließen. Wir planen nicht, es ihm gleich zu tun, deswegen haben wir das EU-Parlament übernommen, nachdem mein Chef der Italiener Sassoli sich selbst in Quarantäne und alle meine Kollegen nach Hause geschickt hat. Das war eine gute Entscheidung. Man kann problemlos 200 Meter Abstand halten hier. Wir sind umzingelt von diebstahlungesicherten Desinfektionsmittelspendern. Die Toilettenpapiervorräte sind spektakulär. Angebote bitte über die Kommentarspalte. Während für Italien in der vergangenen Woche die spannungsreichste Zeit seit der Erschießung Mussolinis begann, begann in Brüssel ein weiterer spannungsloser Tag mit einer weiteren Pressekonferenz. Vor genau 100 Tagen hatte Frau von der M. Leyen alles Mögliche für den Fall versprochen, dass sie diesen Tag ihren Hundertsten im Amt noch erleben würde. Bunte Pläne für ein krass cooles Europa, das klimaneutral, sozial und digital, allerdings nicht, viral geht. Während Millionen Europäer das Drastischste erlebten, das sie je erleben würden, trat die erste EU-Kommissionspräsidentin der Welt mit routinierter Geschäftsmäßigkeit vor die Presse und informierte über die besondere Brillanz ihrer Bilanz nicht weniger abgebrüht, als ein durchschnittlicher Vorstandsvorsitzender über irgendein Quartal gesprochen hätte. Als wäre nichts gewesen. Journalisten warten seit 100 Tagen gespannt darauf, dass die 37-fache Mutter endlich einmal so etwas wie menschenähnliche Züge zeigt. Von der Leyen aber las auch an diesem Tag jede vorformulierte Phrase vor, die auf ihrem Sprechzettel stand. Zur Lage in Italien, dessen Premier Conte gerade angekündigt hatte, die Grenzen zu schließen und das Land vollständig abzuregeln, hat man hinter den Kulissen noch keine geeignete Floskel produziert und ihr daher auch keine aufgeschrieben. Natürlich muss man mit den europäischen Institutionen nachsichtig sein, denn eine Situation wie diese haben sie auch noch nie erlebt, woher sollte eine gelernte Medizinerin an der Spitze einer Kommission denn auch wissen, was eine Pandemie ist? Und wie sollte die eigens für die Bekämpfung infektiöser Krankheiten gegründete EU-Agentur auch nur ahnen, was zu tun wäre, wenn exakt die Situation eintritt, die sie seit 15 Jahren erforscht? Die Behörde mit Sitz in fernen Schweden hört auf den vielversprechenden Namen Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und wird im Englischen mit ECDC abgekürzt. Größter Hit, Highway to Hell. Von ECDC und ihrer Koordination des europäischen Vorgehens hat man so wenig gehört, dass andere das Geschäft der öffentlichen Meinungsbildung übernehmen mussten. Aus Notwehr. Virologen, Epidemiologen und der konvertierte Chinese Christian Y. Schmidt widersprachen einander zuverlässig, anwendungswissenschaftlich oder evidenzbasiert, je nach Lehrmeinung, Denktradition und Tagesform. Selbst die, die einer Meinung waren, bewerteten ihren Konsens unterschiedlich und brachten die prognostische Meisterleistung zustande, aus identischen Datenbasen entgegengesetzte Schlüsse zu ziehen. In Brüssel war man sich immerhin einig, dass dieser Corona-Typ ein echter Global Player sei. Wahrscheinlich der skrupelloseste seit Mark Zuckerberg. Die von Eurokraten über Jahrzehnte vervollkommneten Tricks taktischer Verhandlungsführung beeindruckten ihn allerdings ebenso wenig wie die Androhung scharfer Einfuhrzölle, kontingentierter Abnahmevolumina oder eine Klage vor dem EuGH. Wenigstens wird uns während der Ausgangssperre, wir sind hier in Belgien, nicht langweilig, solange internationale Unterhaltungskanonen auf Sendung bleiben. Trump hält diese Corona für eine radikal-kommunistische Vettel aus China, der noch nicht einmal er im Dunkeln unter den Rock fassen würde. Der Irre von Bosporus hat eine wasserdichte Beweiskette entwickelt. Hinter allem stecke wie immer ein zionistisches Manöver. Der lupenreine Faschist Bolsonaro behält es sich vor, bis zu einer Privatoffenbarung im allerkleinsten Kreis gar nicht erst an die Existenz von diesem Ding zu glauben. Spanische und ungarische Rechtsextremisten dagegen setzen, aus historisch nicht immer nachvollziehbaren Gründen, auf systematische Selbstüberschätzung und die Überlegenheit ihrer eigenen Gene gegenüber so einem billigen China-Knaller. Den geschundenen Briten kann man leider nur eins zurufen, what you vote is what you get. Wer dem auch altphilologisch nur mäßig begabten Pupskopf Boris Johnson seine Stimme gibt, darf sich nicht wundern, wenn dieser zur Stabilisierung der Märkte eine zügige Ausbildung von Herdenimmunität empfiehlt. Mähähäh! Vielleicht beim nächsten Mal doch lieber den wählen, der kein Idiot ist. Manche entdeckten jetzt eher zufällig, wie die eigene Familie eigentlich aus zwei Metern Entfernung aussieht. Andere, zum Beispiel 98% der Franzosen, träumen laut einer Umfrage davon, ihrem fiesesten Feind einmal in die Visage zu husten und alle, wirklich alle, horten, was auch immer sie für wertvoll halten. Cannabis, Rotwein, Kondome, Feuerwaffen und Toilettenpapier. Manche übrigens sprechen in Ermangelung eines treffenderen semantischen Feldes zielsicher von so etwas wie einem Kriegszustand. Prima, dass die hunderte Milliarden Steuergelder, die in Europa in militärische Ausrüstung gepumpt werden, endlich mal für etwas gut sind. Kurze Fußnote. Anstatt in Europa Grenzen zu schließen und 40 Stunden Staus zu produzieren, hätte man lieber Corona-Hotspots wie Bergamo, Madrid und die Schatzi-Bar in Ischgl bombardieren sollen oder zumindest ein NATO-Großmanöver veranstalten zur Einkesselung der Apres-Ski-Scheiße in Tirol. Defender 2020 2.0 Manche hören das Virus gar die Systemfrage stellen, zum Beispiel Conte, der die Fluggesellschaft Alitalia ohne jede Vorwarnung verstaatlicht hat oder Sanchez, der alle spanischen Privatkliniken frech unter öffentliche Obhut und Verwaltung stellt oder der komische kleine Ketzer Macron, der lauter sozialistische Forderungen in die Kameras säuselt, die Stundung von Mieten, Strom- und Wasserrechnungen dekretieren will und damit einräumt, das Gemeinwesen habe eben Bereiche, die zu bedeutend seien, um sie den verantwortungslosen Profitmaximalisten aus der Privatwirtschaft zu überlassen. Hört, hört und merken für später. Ganz andere wieder empfehlen philosophische Lektüre. Für den Fall, dass irgendein Mensch nicht nur nach Hygieneartikeln und einem Zeitvertreib, sondern nach Trost sucht. Zum Beispiel die Pest des algerischen Einwandererbengels Albert Camus, die erschreckende Aktualität des Extenzialismus, die Absurdität von alles, das Ausgeliefertsein, die Isolation als letzte Gemeinschaftserfahrung. Bäm! Derweil haben alle lebenden Philosophen, außer Habermas, völlig unkoordiniert schwerstes Diskursgeschütz auf ihre Sonnenterrassen gestellt. Angefangen hat Giorgio Agamben, dem als langjährigen Erforscher des Ausnahmezustands das Rederecht natürlich auch zustand und der in allen staatlicherseits ergriffenen Maßnahmen nichts anderes wittert, als den notdürftig verschleierten Versuch, blutig erkämpfte Bürgerrechte mit einem Schlag niederzumetzeln. Ein wehrloses Virus als billiger Vorwand und narrativer Ersatzplatzhalter für das öffentliche Arg in die Jahre gekommene Terrorismus-Motiv. Andere widersprachen natürlich, etwa Slavoj Gijek, der vorhersagt, dass sowieso nichts und keiner von uns hinterher mehr so sein werde wie zuvor. Die eigentliche Herausforderung für Europa bestehe erst einmal darin, zu zeigen, dass mit den Mitteln von Demokratie, Liberalismus und Transparenz ein ähnlicher Erfolg bei der Bekämpfung des Virus erreicht werden kann, wie in China. Im bestmöglichen Fall von allen möglichen Fällen wird es in einer postkatastrophalen EU jedenfalls nicht mehr möglich sein, mit routinierter Geschäftsmäßigkeit vor die Presse zu treten, um so zu tun, als wäre nichts gewesen. Für die erste Pressekonferenz empfiehlt sich eine umfassende Selbstkritik bezüglich aller von den EU-Institutionen kürzlich verratenen Grundwerte und Prinzipien. Die Aussetzung des Asylrechts durch Griechenland, bei dem die Kommissionschefin, oberste Hüterin der Verträge, lächelnd assistierte. Nicht zu vergessen die Verletzung von Solidaritätsgebot, Artikel 222 AEUV oder so, Multilateralismus und Freizügigkeit im Personen- und Warenverkehr. Apropos Verkehr. Krisengewinner dürfte der dümmste deutsche Minister sein, den wir jemals hatten, Autominister Andi B. Scheuert. Sämtliche Daten auf seinem Diensthandy sind gerade aus Versehen gelöscht worden. Und das interessiert derzeit natürlich niemanden. Könnten alle Überlebenden sich das bitte für nach der Katastrophe merken? Für die nächsten Monate empfehle ich Ihnen, alle chinesischen Blockbuster nachzuholen, die Sie in den letzten Jahrzehnten verpasst haben. Um sich mental auf eine neue Hegemonialmacht einzustellen, die nicht nur die strategische und medizinische Hilfsgüterversorgung in Europa übernommen hat, sondern sich auch noch die vergebliche Mühe macht, jeden einzelnen Karton Atemschutzmasken mit einer konfuzianischen Weisheit zu versehen. Wer soll das alles lesen? Apropos Weisheit. Schließen möchte ich mit den zukunftsweisenden Worten von Donald Trump. Werden wir das Virus einfach los, das ist das Beste für die Märkte. ZwinkerSmiley. Bleiben Sie gesund.